Es ist soweit. Die erste Verlobung steht bevor. Powerfrau Alicia hat Nervenflattern. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Art von Aufregung überhaupt schon mal gespürt habe. Das war wirklich echt sehr speziell, sehr besonders. Und ich hatte so unglaublich Herzrasen. Man hat die Sekunden, die Minuten gezählt. Minuten haben sich angefühlt wie zwei Jahre. Ich war so aufgeregt. Bitte komm jetzt ins Foyer. Auf dem Allerfeinsten. Woll. Bitte komm jetzt ins Foyer. Alicia ist Profiboxerin und musste feststellen, dass viele Männer davon abgeschreckt sind. Hat sie bald einen Partner, der ihre Power zu schätzen weiß? Andreas sagte beim Hördate, er würde gern am Boxring sitzen und sie anfeuern. Nur leere Worte? Oder ist er wirklich Feuer und Flamme für Alicia? Ich hatte gefühlt einen Puls von 360. Aufgeregt, Spannung, Adrenalin ist halb übergekocht. Ich konnte nicht mehr klar denken, nicht mehr klar sprechen. Das könnte nie enden. Das ist so schön. Als ich das Klackern der Schuhe gehört habe auf dem Boden, dachte ich, oha, jetzt sind's ernst? Alicia und Andrea stehen beide auf schnelle Autos und würden sich gerne mal ein Rennen liefern. Doch wie mutig sind sie ohne Fahrzeug? Treten sie auf die Bremse oder geben sie Vollgas und rasen Richtung Eheglück? Lieber Alicia. Ja? Beim Duft warst du bei mir ganz oben, in meinem Kopf nicht schnell verflogen. Beim Hördate hast du sehr gut geklungen, so hast du mein Herz schnell errungen. Beim Fühlen und Schmecken konnte ich entdecken, du hast nicht nur Kant und Ecken. Zusammen steigen wir in den Ring, dann das wird genau unser Ding. Der nächste Schritt ist nicht mehr weit, den gehen wir ab jetzt zu zweit. Lieber Alicia, ich möchte dich hiermit fragen, ob du das Experiment mit mir weitergehen möchtest, ob du mich heiraten willst. Oh mein Gott, ja, das hast du so schön gesagt. Andreas, ja, ich will. Ich fand den ab Sekunde 1 so wunderschön. Hallo. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Du heilige Scheiße, welche Hand nimmt man jetzt? Du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Du heilige Scheiße. Du heilige Scheiße. Nee, das ist... Du heilige Scheiße. Das ist wunderschön. Dito. Voll krass. Ich find's unglaublich, dass ich gerade einen Menschen, den ich zum ersten Mal gesehen habe, schon... Ja, dass ich schon total... Ich bin schon verliebt, ich glaube. Ich bin... Also ich glaube, da kann auch nichts mehr schief gehen jetzt. Auf jeden Fall. Nein. Meine Frau. Fühlt sich gut an. Mein Mann. Krass, oder? Oh mein Gott, du weißt, wie er aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Todes, ey. Der ist wunderschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat nicht gemacht, ne? Ja. Ist nicht. Machen wir so? Ja. Hä, aber weshalb? Grad bei dir. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Krass, hast voll guckgemacht. Ich dachte so, in deinen Augen habe ich so Enttäuschung gesehen. Und... Das ist ja Zwilling. Du bist ein Zwilling. Krass, aber... Hätte ich nie gedacht, dass so was möglich ist, dass es so gut matchen kann. Ich freue mich hammermäßig auf das weitere Kennenlernen. Wir sind ja zerlobt. Also, mega-happy.